Die Wissenschaft, wir sind nämlich einig, wir haben noch elf Jahre und vielleicht zwölf und wenn wir gar nicht handeln, wird dieser Planet den Bach runtergehen und das ist wild, die Erde, wo wir jetzt so steigen, das ist eine einhellige Meinung und ich hab das Gefühl, wir stehen in Zeiten vor einem radikalen Umbruch und wir haben die Wahl, entweder machen wir so weiter und es geht bergab und alles geht in den Arsch oder wir werden Teil eines radikalen Umbruchs, der bei jedem von uns selbst anfängt wo wir selbst hinterfragen müssen, was wir tun und ich hab total Bock, dass wir die Schüler und Schülerinnen jeden Freitag streiten es wird die Unterstützung uns überlegen, wo können wir, wo, wo können wir satt in Getriebe sein, wo können wir, wir Arbeiten überlegen, Brücken blockieren, was weiß ich, damit endlich was passiert Lass uns Teil eines radikalen Umbruchs werden, in diesem Sinne, Angst hat gehört, wo wir vor sein Also, wir werden die Schülerinnen Molt Oh, 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 oh. Das ist das Filiose-Mensch, ein Mensch mit Filiose-Mensch. I'll track the world, I'll track the world. I'll track the world, I'll track the world. Diese Welt ist auf die Beine der Ablauf, auf der Falle, 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 auf der Falle. I'll track the world, I'll track the world. I'll track the world, I'll track the world, I'll track the world. I'll track the world's way back, I'll track the world. Es ist wirklich spät, eine ist, so wirklich böse. Das Filiose-Mensch ist auf uns, die Stellung, auch noch mehr Zeit, nach hinten. Das ist das Filiose-Mensch. Danke.